Der Bodybuild-Bär ist mit eins der stärksten und gefürchtetsten Tiere. So sieht er in jungen Jahren noch aus wie ein Lauch, doch wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat, fängt er plötzlich an, wie wild zu trainieren. So schubst er anfangs noch junge Bäume und trainiert damit seinen noch behaarten Oberkörper. Doch schon bald fängt er an, Baumstämme zu heben und sein Körper wird schnell muskulös. Dabei baut er eine derartige Muskelmasse auf, dass selbst die Haarwurzeln schließlich einfach von der schieren Muskelmasse erdrückt werden und dann ausfallen. Dies ist der Grund, warum der Bodybuild-Bär am Oberkörper auch keinerlei Haare mehr hat. Hat er seine Höchstform erreicht, kann er mühelos einfach Bäume umboxen. Dabei entwurzeln diese nur teilweise und wachsen dann schief weiter. Ebenso kann er nun mühelos die Form des Baumes mit gezielten Faustschlägen verändern, wie hier zu sehen. Wenn du also mal wieder einen solchen Baum in der Natur siehst, pass auf, denn ein Bodybuild-Bär könnte nicht weit entfernt sein. Wenn dir das Video gefallen hat, schau doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei für noch mehr Videos und wenn du Lust hast, lass doch gerne noch ein Abo da und klick aufs Glöckchen. Ich würde mich freuen.